Du Dreckiger! Ich bin weg, weg! Weg, ihr Ben! Kommt ihr alle her! Ich bin weg! Ciao! Also, keine Ahnung, was das jetzt für eine Last Team Standing Map ist. Ich hoffe, sie wird lecker. Ich sehe nur Mario Kart. Ich lese es da gerade. Was? Man hat drei Leben und wenn man die drei weghaut, dann ist man draußen? Wie in Mario Kart mit den Luftballons? Ist das wirklich so? Wie geil ist das denn bitte? Wie haben die das geregelt? Wie soll man Mario Kart in GTA nachahmen? Achso, der Intention hat einfach drei Hits free oder was? Okay. GTA Kart Blockport! Dann wollen wir mal! Wie kriegen wir denn Raketen? Achso, wir müssen uns die jetzt holen oder was? Oh mein Gott! Meine Freundin bekommt gleich... Achso! Oh! Jetzt geht's ab! Jetzt hab ich's erst verstanden! Mann, war das ja am Anfang schon ganz viele Sachen! Komm bitte in meine Falle! Haha! Ja! Nein, ich hab nichts mehr, oder? Ich hab nichts mehr! Papa braucht was Neues! Papa braucht mehr Zucker! Gib Papa Zucker! Ich hab nichts mehr! Wie geil ist das bitte? Nein, da ist einer! Nein, 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 nein! Nein! Ist das ein Feind? Ich weiß nicht! Nee, das ist kein Feind! Ich brauche Haftbomben! Der will mich haben da oben! Ich bin weg! Ciao! Oh, da kommt's zu leider! Boom! Mama! Mama! Was mach ich hier grad? Ich brauch doch langsam mal wieder was Neues! Oh, die kann nicht runterkicken! Die kann nicht runterkicken! Du Dreckiger! Du Dreckiger! Er hat sich selber weggespringen! Nein! 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 Man muss natürlich aussteigen danach! Welches Team bin ich eigentlich gerade? Ich komm doch auf gar nicht klar! Guck mal, unten rechts! Team 2 ist blau! Aber hat rote Karren! Hab ich jetzt gewonnen? Ah, okay! Okay, das war ja richtiger Brainfuck, Mann! Gut! Mein Team ist immer blau! Okay, gut! Nice da! Ich lerne immer noch dazu! Dankeschön! ProBosser spielt seit 5 Jahren GTA! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ich will nicht immer ein vorderster Front sein! Wie dir wirklich das Auto, was sofort weggesprengt wird! Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt Trick 18, meine Freunde! Trick 18! Ich bin weg! Ciao! Also wir haben acht Haftbomben! Ach, der Haftbombe! Da oben können wir uns auch noch was holen! Loser Lukas! Komm, komm, komm! Komm! Bam! Bam! Uuuuh, Digga, ich bin einfach der Werfer! Der Werfer! Oh, den hole ich mir da unten! Den hole ich mir! Nein! Ja, noch mehr, oder was? Du Dreckina! Uuuuh, ich werde gesetzt mit! Weg hier, Baby! Ja, wo kommt ihr alle her? Ich bin weg! Ciao! Du Dreckina! Uuuuh! Den habe ich mir gegönnt! Arabische Nächte! Lalalala! Oh mein Gott, hier! Den Bruder brauche ich! Ja, lasst mich bitte alle in Ruhe! Jetzt kommt ProBosser! Hahaha! Es ist KingBosser! Oh, der Spielmodi gefällt mir! Sorry, der Spielmodus, ne? Man muss ja hier richtig bleiben! Okay, der fährt da oben lang! Vielleicht kann ich mir den aussnacken! Ja, der kommt... Oh, der kommt, glaube ich, hoch, oder? Kommt der hoch? Ja, der kommt hoch! Komm, zu Papa! Komm, es ist Daddy! Nicht? Wo ist er? Uuuuh! Er hat mich auseinandergenommen, aber ich habe ihn auch auseinandergenommen! Geil! Ich glaube, zwei, drei Kills haben wir gemacht! Und wir sind am Gewinnen! Ja, sieben haben wir noch gegen einen! Geil! Er hat mich natürlich richtig hops genommen! Muss man jetzt mal ehrlicherweise dazu sagen! Er hat mich wirklich richtig hops genommen! Drei Kills! ProBosser! Da seht ihr es auf der Platze Uno! Jetzt! Teamwechsel! Rot wieder! Soll ich da einfach mal reinbrettern? Bin ja eben gerade einfach rückwärts gefahren! War ziemlich muschimäßig, aber... Warte, so kann man es ja machen! So! Jetzt kommen die! Kommt in die Mitte! Bam! 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 Oh! Wer bist du, Amka? Boom! Boom! Leg dich nicht mit der ProBosser an! Es ist der ProBosser! Digga, den habe ich mehr als hops genommen! Oh! Das war... Das war ziemlich scheiße! Warum steige ich aus? Ciao! Bin weg! War das Klaus, Mann! Nein! Oh! Der Shit war gut geworfen! Da habe ich ein bisschen Glück gehabt! Ah, fuck! Ich komme gerade nicht an Waffen ran! Oh, da oben ist einer! Ah, hier ausweichen! Hier müssen wir nach oben jetzt! Hier! Ja, da haben wir was! Das sieht safe aus! Komm, komm, komm! Einsammeln! Ja, acht haben wir! Und wieder rein! Bruder, muss los! Uh, habe ich getroffen, den Bruder! Haut ab! Ah, schade! Oh, ist das tricky, Mann! Das muss man richtig strategisch hier machen! Ist das einer von uns? Ja, ne? Ah, schade! Komm, immer noch ein bisschen durcheinander, wer jetzt mein Team ist! Geht das auch, mein Bruder hier! Okay! Die roten, ja? Auf der Karte sind meine Gegner! Da oben! Komm, komm, komm! Nach oben! Ja! Hol ihn euch! Hol ihn euch! Ist nur noch einer, oder? Ne, da haben wir auch noch einen! Hier! Direkt um die Ecke jetzt! Und den hole ich mir auch, Mann! Bruder, voll Luder! Bruder, voll Luder! Haben wir noch einen? Hä? Ist einer nach unten? Wir haben doch gewonnen, oder? Ich hab Selbstmord gemacht! Ich hab nichts gesehen, Alter! Bei mir war doch keiner! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Es lebt doch noch einer! Hä? Wo denn? Ach, der letzte ist wahrscheinlich unten, oder? Hat der letzte unten verkackt? Wo ist der letzte? Ach so, da ist der! Wieso hab ich den nicht gesehen? Blind für Sposser mal wieder! Ich muss meine Brille aufsetzen! Ach! So hätte ich ihn wahrscheinlich gesehen! Ja, die roten sind Gegner! Ich weiß ja! Aber so im Eifer des Gefechts ist das wieder ein bisschen random! Weil ich selber ein rotes Auto hatte! Aber geil zum Geld generieren! 20.000 Dollar! Und ich hab wieder ordentliche Käse gemacht! Geiles Teil! Hat mir sehr gut gefallen! Oh, direkt die Rakete einsammeln! Arabische Nächte! Lalalala! 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 Hä? Nein! Digga, er hat den E-Kopf richtig gespampt! Buh, 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 buh! So hat er gemacht! Ah, zum Glück habe ich meine Haffbomben hier! Aber wir machen ohne Haffbomben! Komm, seid ehrenhaft! Ohne Haffbomben! Hält sich jemand dran? Oh, bisher läuft gut! Aber natürlich... Trail du Labe! Mit schießen! Oh ja! Oh ja! Papa ist unterwegs! Draiki! It's a Juju! Digga, ich komme gerade gut voran! Ich brauche eine Rakete! Yeah! Und... Papa, schießen! Drei! Zwei! Ein! Niemand erwischt! Nein! Bin ich hier gefangen! So, noch alle hier kaputt machen! Oh ja! Oh ja! Zweite Runde schon! Ganz ehrlich, du dreckiger! Du dreckiger! Okay, das war nicht gut von mir! Schande über meine Haut! Ich habe nicht gesagt, Äh, Haffbomben deaktivieren! Ich stecke sie schnell wieder weg! Machen wir wieder Mikro-SB! Und dann auch noch Silber! Oh! Oh! Wo ist er? Wo ist Silber? Ich wurde überrundet! Ganz ehrlich, jetzt geht's ab hier! Jetzt keiner war mehr! Jetzt werden die schmutzigen... Tricks ausgepackt! Da ist er! Oh! Oh, so good! So good! So good! I got you! Bum, 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 bum! Oh! Du auch noch mal Ciao Kakao! Wie heißt der? Muss kacken! Geiler Name by the way! Oh, du bist auch Ciao! Hinter mir vielleicht noch einer! Ne! 18. Platz, Alter! Wir sind richtig schlecht, Mann! Äh, so vielleicht! Warten, warten, warten! Und jetzt! Haben wir einen erwischt? Ne! Schade! Oh, Runde 3 schon! Digga, wie schnell geht das denn hier? Aber egal! Ich habe Silber ausgelöscht den Lappen! Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber 18. Platz ist ja schon derbe schlecht! Nein, nein, nein! Papa ist Ciao! Papa ist Ciao! Papa! Papa! Was? Ich habe keine Haftbomben mehr! Oh, ich habe keine Haftbomben mehr! Oh, sein Leben genommen! Die Leute haben alle keine Haftbomben mehr, deswegen schmeißen sie schon ihre Granaten! Hahaha, wie geil! Komm, komm, komm! Oh, meine Reifen wurden zerdeppert! Einfach nur reinfahren! Einfach nur rein! Letzte Runde, meine Freunde! Letzte Runde! Wer ist das hier? Weißkraut? Ah, das hier muss, muss Kappen füllen! Ciao, Baby! Oh, ja, du dreckiger! Ich komme einfach nicht weiter! Ganz ehrlich, ich habe noch Granaten. Ich lasse die einfach kochen in der Hand. Shurkan! Ich lasse die kochen in der Hand! Wie ist das jetzt passiert? Nur 25 Sekunden, komm Ihr Dreckigen, ich schaff's noch im Ziel Es sind nur noch 5 Punkte Oh, kann ich das schaffen? 15 Sekunden Oh, jetzt brauch ich die Du Dreckiger Giallentino, Alter Was ist denn los mit dir? Gut Also der Black Screen hat mich einfach mal Komplett rausgenommen Schade, war aber auch ein geiles Ding Ich finde, bei solchen Rennen Reicht es sogar vielleicht, wenn man Raketen anmacht Geht das irgendwie? Nur Raketen und Speeds ohne Haftbomben Und irgendwas anderes Ich weiß nur nicht, ob die im GTA-Modus dann auch Drin sind, wenn man es deaktiviert Also nur im Standard-Modus Aber auch geiles Ding Outro 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 Vielen Dank.